Ich will nicht da geradeaus sind. Ich will erst mal hier hin. Rote Türen, die mitten im Gang liegen. Oh, wow. Einer. Warum ist alles voll? Oh nein. Bosskampf. Bosskampf. Lass das nochmal nachladen. Ah, okay Bosskampf Ist das hier ein Foreshadowing auf was jetzt kommen wird? Oh, Speicher Sehr gut Oh, ich hoffe, der Doktor wird überleben Ich habe nicht das Gefühl Ich mag den Doktor Alter, was ist das denn? Und wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Ich hatte eine Axt Nein, er kann das nicht Was denn? Und was ist das hier? Sind wir das da oben? Das sieht seltsam aus Na gut Vielleicht hat der Hobby Horror-Collagen erstellen Oh oh Hier ist was Beruhige dich Äh Äh Wie ist das denn? Etwas Schreckliches Bleib ruhig Alter, keine Chance Alles klar Da wurden wir weggestaunt Wie, was? Die blutverschmierte langhaarige Kann mit Waffenwald Bekämpft werden Das ist aber nicht gut Gegen sie zu kämpfen Alles klar Ähm Dark Tales Ich glaube da kommt was Hier ist was Beruhige dich Beruhige dich Etwas Schreckliches Bleib ruhig Nein 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 Du musst keine Angst haben Unheimlich 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 Nein Bleib genau hier Hier ist was Beruhige dich Alter Was ist das denn? Wer denkt sich sowas denn auf? Sind sie noch da draußen? Nein Ich bin tot Innerlich Hier zu bleiben wäre Selbstmord Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich Hm Kann nicht raus Kann nicht raus Wir müssen los Hier lang Kann nicht weg Kann nicht weg Woraus und wo weg? Glaube ich an der Stelle die Frage Weil hier raus Kommt er doch easy Oh Die Treppe ist weg Wir müssen alle gemeinsam Den Verstand verloren haben Verstand verloren Verstand verloren Verstand verloren Verstand verloren Verstand verloren Oh Gott Nein Der ist schon wieder Grezi Oh Das ist Ruvik Tatsächlich Wir zur Hölle sind sie Nein Nicht hinterher Doch hinterher Hinterher Okay dann in die andere Richtung Dann noch Alter BTF Was geht hier vor? Ja Du sprichst mir aus der Seele Ich würde zwar noch ein paar Schimpfwörter benutzen Bei diesem Ausdruck Zusammen mit dem Rest Aber ich weiß es auch nicht Und ich weiß nicht ob das Wenn wir es herausfinden Dass das irgendwas besser machen würde Gronori Oh Oh Wo sind wir hier? Am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Hier gehts nur hoch. Hoch, hoch, hoch. Hier gehts zum Tod. Das mit dem Entschärfen hat nicht geklappt. War hier unten nicht noch was? Achso, es hat einfach nur so geglänzt. Das ist bestimmt diese Falle. Okay, das werden wir vielleicht brauchen. Für das Teil müssen wir da hoch. Und hoch kommen wir wahrscheinlich über den oberen Teil. Was ist das hier nochmal? Irgendwas, was brennt. Das ist ja schon mal was Positives. Also nicht diesen Hebel betätigen. Okay. Okay. Ach, hier kann man hoch. Äh, dann... ...nicht. Ah, okay. Das wusste ich ja nicht. Okay. Hier gehts. Oh, oh. Okay. Hier gehts. Und... Und... Okay. Kleinen Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und zwar voll motiviert dabei. Und... Es geht weiter. Spaß, 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 Spaß. Okay. Äh, genau. Was ich machen wollte ist... Hier rein. Hier hoch. Und hier vorsichtig sein. Ne, äh... Hier hoch. Oh. Oh, ich hab vergessen den anderen... Egal. Nicht so schlimm. Ah. So. Oh, klein. Moment nochmal. Steam-Nachrichten. So, jetzt gehts weiter. Was haben wir hier noch? Was ist das? Das ist entflammbar. Okay. Das können wir wahrscheinlich anschießen. Haha. Nice. Sebastian Castellanos ist richtig schlau. Okay. Okay. Das können wir wahrscheinlich anschießen. So. Mal gespannt. Ich hasse es. Oh nein. Nicht er. Oh ne. Was ist das denn? Okay. Folgendes. Wir gehen hier hin. Und locken die. Hallo. Grüezi. Grüezi miteinander. Nein, nochmal. Nein. Warum hat dies überlebt? Ja. Friss mich. Alles gut. Ach maaaan. Unsichtbare Gegner hinterlassen Spuren. Ernsthaft alles nochmal? Man, 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 man. Wo war nochmal der richtige... Oh, warte mal, da geht's auch hoch. Der richtige Schalter, den bräuchte ich nur. So, ach, das war der Leichenschalter. Den zweimal drücken. Sehr gut. Okay. Ah, ich weiß nicht mehr, wo der Schalter war. Ach, ich glaube, der war da drin. So. So, weiter geht's. Das war das. Das brauchen wir erstmal nicht ziehen. Oh, sehr gut. Dann noch hier hin. Ja, ja. Ah, ich drück mal die falsche Taste. So, da kommt das Teil runter. So. Was ist hier noch hin? Da ist eine Lache. Wo war denn dieser verdammte Hebel? Kann es sein, dass da in irgendeinem von diesen Säulen befestigt war? An irgendeinem dieser Säulen? Sollte er doch... Ach, da unten. Hat ihn gefunden. Danach kann es hoffentlich losgehen. Dann. Ja. Wiepop!